So, es geht wieder weiter mit Let's Play Fire Warrior. Im letzten Part sind wir so einigemal gestorben und in diesem Part werden wir damit weitermachen. Glaube ich. Und da weiser Voraussicht sehe ich das voraus. Boah, die sind hier überall. Ich bin fast tot. Oh ne. Ich hätte gerne etwas Heilung. Bitte. Heilung. Da sind wir das letzte Mal dran gestorben. An den Plattformen, wo man in die Bahn reingeht. Aber na gut. Ich glaube, ich muss zum Grünen. Heilung. Und ein Wolder. Geil. Das wird lustig. Man, dieses Teil alleine ist schon super fett. Ich glaube nicht, dass ich da mal die Manken getroffen habe. Und noch eine Granate. Ich glaube, es war ein Granatenwerfer. Ich glaube, es war ein Granatenwerfer. Marien. Marien. Kill that town. Be. Marien. 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 Sir, das Schiff sagt, dass sie nicht einen Schuttel bereit haben. Ich muss auf das Schiff gehen. Verstehst du das? Geht mich jetzt raus! Tschüss, Tau. Gut. Laute Tür. Warum böse? Warum böse? Schärmingsignal overwritten. Establishing Kontakt. Well done, Case. We detect that Kovash is victim. Scans indicate that your access route is blocked by the enemy. You will have to take another route out. The radar has detected a possible extraction. Letting coordinates now. Head for the extraction point case and protect Kovash. Ach so, da rennt er lang. He hat sich einfach hinter seinem Stern mit einem Freund versteckt. Wie asozial. Der dropship will get in the land. Oh. Der dropship will get in the land. Hold on. Der dropship will get in the land. Der dropship will get in the land. Okay, der dropship will get in the land. Du bist hinter mir, du Typ. Ich habe Verbündete. Nichts mehr kann mich aufhalten. Nichts kann mich mehr aufhalten. Das ist guter Deutsch. Oh, Helme. Oh, ich wollte ihn noch schlagen. Hallo? Ah ja, die kommen jetzt noch zurück. Nee, nur einer. Was ist mit den anderen drei Soldaten? Okay. Bleib still! Ich habe die Telemetrie aus Ihrem Spielzeug. Daten transferiert. Ein erfolgreicher Extraction-Case. Vorsicht laut der K10. Wir haben die K10. Das sind die K10. Das sind die K10. Das sind die K10. Das ist die K10. Das ist die K10. Er ist mit einer Also, man muss ja schon sagen, die Cutscenes sind ziemlich cool, aber ich kann sie nicht leiser machen. Also, es ist wirklich nicht meine Schuld, dass sie laut sind, und ich kann daran noch nichts ändern. Ich habe keine Waffen. Also, eigentlich sollte ich jetzt mit mehr von meinen Truppen in Kontakt kommen. Oh! Oh! Was ist das, was wir brauchen? Geh jetzt! Hey, access to the warning turbo elevator and this block. You need to find another way. Wow, das macht überhaupt kein Schaden, das ist ja unglaublich. Data transfert. Hm. Huh. Warum wackele ich immer so? Warum wackele ich immer so? Oh, der so ein Abgrund! Und das ist vielleicht nicht. Oh, ich bin ein Abgrund! Oh, ich bin jetzt der Bauten. Wichtig, Sie müssen Sie sich schocken. We are going to destroy enemy boarding barges We will blow up their boarding transport and cut their escape routes Go now Access to the working turbo elevator. Thank you You go ahead for another way Jo, vielleicht hätte ich mich nicht hinter dem Explosionsfass verstecken sollen. Es tut mir sehr leid, aber ich muss es ja spielen, nicht hier. Wir müssen zuschauen, was hier keiner macht. Was sind das denn für Explosive Charges? Super, ich habe jetzt keine Verbündeten mehr. Manon Daishu wird uns jetzt schützen. Okay, du musst helfen, die enemy Boarding-Badden zu zerstören. Du wirst ihren Boarding-Transport abholen und kümmern sie weg. Geht jetzt! 8, Access to the working Turbo-Elevator is blocked. Du musst den Finder an anderer Weg finden. So. Ein bisschen vorsichtiger spielen. Geht hier lang. Da finde ich lang. Boah, wie mies. Die waren Verwundeter und die haben ihn getötet. Danke. Ach hier. Wir bauen die richtig, die Teile. Ich denke mal, ich muss hier lang. Bin mir aber nicht sicher. Wo kommt ihr jetzt her? Genau. Wenn ich mal so fragen darf. Ihr seid hier nämlich erst gespawnt. Und das hier war offensichtlich so eine Scheibe. Und warum ist hier so ein kleiner Raum? Bei einem Lüftungsschacht? Turbo-Elevator ist jetzt restriktiert. Ach. Oh. Guter Kommandant. Er schießt gegen eine Wand. Er hat sich sogar irgendwie gereimt. Hä? Das sollte eigentlich unsere Kanone sein. Danke. Wie komme ich hier weiter? Wie komme ich hier weiter? Oh. Hier ist eine offene Tür. Von hier komme ich. Und das ist laut. Mein Herr. Ui. Hm. Moment. Da sind jetzt noch mehr. Ja, einer ist da. Bleib auf dem Weg. Hm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Bist du da? Ja, ich bin da. Oh. Habe ich gar nicht gemerkt. Wann habe ich diese denn noch proben? Na ja, egal. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Untertitelung des ZDF, 2020